Hallo meine Lieben, mich hat nach langer Zeit nochmal ein Paket, ein kleines von Snacks Real Life erreicht. Und was sich dahinter verbirgt, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar haben wir drei Snacks von Snacks Real Life. Hier haben wir einmal einen Cookie, wie man schon sehen kann, mit Chia-Samen. Das ist nämlich die Sorte Small Protein Cookie, Lemon Chia Seed, also Protein Keks mit Zitrone und Chia-Samen. Das ist ein Süßungsmittel, der hat nämlich nur 0,3 Gramm Zucker und 8,8 Gramm Protein. Hier seht ihr einmal die Zutaten, also der ist jetzt nicht glutenfrei, aber vegan. Als nächstes, hierüber freue ich mich besonders, das ist nämlich ein Lemon Curd Roll. Wie ihr seht, viel Zitroniges habe ich zugeschickt bekommen. Gebackene Teigware mit Zitrone und Quark-Alternative aus Soja und Süßungsmitteln. Hier seht ihr einmal die Zutaten, Weizenprotein, also auch nicht weizenfrei, glutenfrei, aber wie gesagt auch wieder vegan. Und der hat auch nur 0,6 Gramm Zucker, 10,4 Gramm Eiweiß, also sehr gute Werte und hat 70 Gramm. Und zu guter Letzt noch einen Big Cookie, wie ihr schon sehen könnt, ist dieser Big und Beerig. Big Protein Cookie mit Oats and Berries. Hier seht ihr einmal die Nährwerte, der ist auch wieder vegan, proteinreich, ballaststoffreich. 12,7 Gramm Protein hat der Riegel, äh, der Riegel, der Cookie, 95 Gramm und hier seht ihr einmal die Zutaten.